ja hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde bei geld verdienen im internet mit trading mit binären optionen mit forex mit crypto und mehr heute möchte ich mal gerne ein video machen was schon längst gefordert ist und zwar ich möchte euch zeigen wie ihr die otc charts zum beispiel von pocket option in den metatrader 4 rein bekommt wo ihr die herbekommt wie viel die kosten und wie ihr die installiert dann würde ich sagen lasst uns jetzt mal gleich direkt reingehen wir sehen hier bei pocket option die otc charts also over the counter die wirklich sieben tage die woche laufen und die charts hier die wir sehen die ich euch gleich zeige offline kann man wirklich im metatrader reintun da gibt es programmierer die handels den experten dafür den ihr einfügt im metatrader da habt ihr die aktien rohstoffe crypto währung und währungen als otc auch da drin ja das ist ein anbieter der heißt action codes können wir hier sehen action codes und der bietet die an also könnt ihr hier auf dem könnte hier auf der webadresse kaufen kontaktieren wenn ihr es deutsch haben wollt einfach rechtsklick und übersetzen in deutsch und dann habt ihr jedes schon in deutsch so dann können wir gucken wo steht es und sehen wir hier schaut mal ihr habt ihr beinahe bekommen iq option spektrik grand kapital binomo olymp trade quotex pocket option alpari ex nova capital bear business können wir hier sehen also das haben die alles da die otc charts wir brauchen die natürlich nehmen die für pocket option für unseren broker hier und aber ihr könnt dann auch wenn ihr quotex habt olymp trade et spektre spektra ii glaube ich gibt es gar nicht mehr aber ihr seht hier alles aufgelistet ganz einfach auf deutsch übersetzt wie gesagt habe ich euch gezeigt rechtsklick in die seite rein dann können wir hier oben ins menü und sehen schon preis diagramme gehen auf preis diagramme und dann sehen wir hier laden sie die charts herunter also drückt ihr einmal hier drauf so dann habt ihr das hier heruntergeladen drückt ihr drauf dann öffnet sich der ordner wartet mal der ordner mit der zip datei und habt ihr hier preis charts preis charts geht ihr dann beim metatrader auf datei datei ordner öffnen dann sagt ihr mql 4 experts und ja schiebte hier den preis charts schiebte einfach nur hier rein preis charts so preis charts reingeschoben könnt ihr das wieder alles zu machen und jetzt müsst ihr euch natürlich die lizenz kaufen bevor ihr das in metatrader jetzt im chart reinschiebt müsst ihr euch eine lizenz kaufen wir seht ihr monatlich gibt es die jährlich vierteljährlich und halbjährlich dass die preise sind hier in brasilianische rei dollar sage ich immer weil hier steht er dollar das sind brasilianische währung da können wir auch mal gleich gucken ich zeige euch das können wir hier sehen das sind brasilianische real heißen die brasilianische real zu us dollar was haben wir gesehen hier wo war der preis der preis war für monatlich 99 90 können wir eingeben sagen 100 ist das gleiche sind 20 dollar im monat wenn ihr es dann haben wollt aber vierteljährlich sind es 239 also 240 sind dann 48 dollar für vierteljährlich und wenn ihr es haben wollt für halbjährlich sind 450 450 sind dann 90 dollar für das halbe jahr also umso länger ihr nehmt umso billiger wird es für euch da tut er das eben kaufen hier also geht ihr auf kaufen ich empfehle euch wirklich ich empfehle euch nicht auf der webseite zu kaufen sondern direkt auf auf seite hier auf telegramm kauft euch das direkt auf telegramm da ist er nämlich viel schneller seine adresse auf telegramm ist sehen wir hier action invest mientos also das sucht ihr in telegramm dann habt ihr den typen und schreibt den direkt auf telegramm an der gibt euch dann eure lizenz den müsst ihr einfach nur eine e mail adresse geben und wenn ihr die e mail adresse dem gegeben habt dann dann habt ihr die eure lizenz aktiviert wenn er dann die lizenz aktiviert haben ihr habt vorher oder wir haben vorher gehen wir bei experts bei experten reingeschoben schauen wir mal bei experten haben reingeschoben price charts seht ihr der ist dann hier da macht den doppelklick drauf und dann habt ihr hier die eingaben da gibt ihr dann hier nur eure e mail ein eure e mail gibt er dann da ein ich mache jetzt mal test also ihr gebt eure natürlich ein versteht ihr gmail.com zum beispiel und ganz wichtig jetzt müsst ihr unten reingehen schaut mal jetzt könnt ihr hier unten reingehen und sagen welche zeiteinheiten er für die otc charts nehmen so ich mache mir mal 1 und 51 dann komma 5 so dann habt ihr die eine minuten und fünf minuten charts in eurem metatrader und hier gibt er jetzt ein pocket option oder iq abgekürzt für pocket option ist es einfach nur pop und dann drückt ihr auf ok so dann sehen wir dann schaut die ganze sache so aus hier dann schaut die ganze sache so aus action codes hier oben ich mache mal hier zu dem action codes connectado passt also so soll es ausschauen dann passt und jetzt könnt ihr anfangen euch die charts reinzuladen im metatrader wie funktioniert das auch ganz einfach ihr geht jetzt auf datei charts offline öffnen und dann sehen wir für pocket option hier zum beispiel apple schaut mal immer mit dem pop da haben wir jetzt hier m1 seht ihr apple pop also die mit dem pop machte doppelklick dann drauf dann habt ihr hier den chart von apple von pocket option den apple chart von pocket option dann ladet ihr euch noch ein template rein machen wir so vorlagen semer petainment und dann habt ihr das template hier auch im otc chart von apple schon mal apple können wir uns mal gucken ob es auch gleich ist apple sehen wir bei 176 018 176 013 18 ja also er ist gleich hier seht ihr das er ist wunderbar gleich so habt ihr eure offline charts und da könnt ihr dann wieder nachgehen und sagen schaut offline öffnen den nächsten wenn jetzt sagt microsoft oder ihr wollt ein paar haben hier sehen wir american express pocket option seht der american express doppelklick drauf dann macht er euch das american express auf und so einfach ist das otc charts in dem metatrader einzufügen wie gesagt kontaktiert den direkt auf telegram weil er geht die ganze sache viel schneller als wie wenn ihr das auf der webseite macht ladet euch nur wie ich euch gezeigt habe die sachen runter ihr habt ihr aber auch schon mal nicht mal nicht zu machen ladet euch nur das runter von der website ist hier könnt ihr das dann sehen hier oben ist er hier download die charts wie ich vorher gemacht habe ladet euch die charts dann nachdem ihr die charts runtergeladen habt geht auf telegram hier ist sein name nochmal seht ihr action investimentos action investimentos ist sein benutzername schreibt ihn an gibt ihm die e mail und dann könnt ihr sofort loslegen also ich finde über telegram habt ihr die viel schneller die lizenz als wenn ihr das hier kauft über die website ihr könnt es auch mit paypal bezahlen ihr habt ihr gesehen ich habe ihn per paypal bezahlt seht ihr per paypal also ist wirklich per telegram viel einfacher ja und so habt ihr eure otc charts dann im metatrader wie ich und könnt loslegen dann würde ich sagen ja meine freunde happy trading das war das video wie ihr eure otc charts bekommt für pocket option quote ex et cetera und mehr gebt mir einen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat gebt mir einen kommentar wenn es euch gefallen hat und ganz wichtig wenn ihr mich noch nicht abonniert habt drückt den abo button und die glocke dann baller bumm baller bang happy trading wir sehen uns im nächsten video bei